Hey, bist du eigentlich der Titus Bruch? Ja. Ist das schon Backstage? Sind sie dafür lustig, ist der Bruch? Der Elevate-Stab. Wie oft warst du schon im Elevate? War. 20 Jahre ist es jetzt genau, ich schätze. Zwischen 5 und 7 Mal war ich da. Eigentlich das erste Mal. Ich kann das nicht genau sagen, aber sagen wir mal, 60-70% war ich schon dabei. Zumindest bei den Eröffnungen, wo man passt an den Pannels. Ehrlich gesagt bin ich das erste Mal da, weil ich seit 8 Jahren. Ich kann immer gerade viel rein. Du bist 17 circa, also Jahre, Jahre lang. Und dann warst du einfach, dass du so alt wirst, wenn du da mal mit der Zeit war. Ich bin seit 2018, einmal landet man im Tunnel, anders ist es 8 in der Früh. Da oben ist der Tunnel, gell, oder? Wie finde es die Kraut? Interessant. Die Leute können sich benehmen. Ich hoffe, das ändert sich nicht. Magst du mir grüßen, die Oma? Ich würde gerne meine Oma, die Jutta Gräfin, die Mama. Aber jetzt mag ich wirklich die Leib-Mervis oder mehr.